Hallo zurück, bei den Minecraft Dullis, wie ist denn mein Dullis, wer ist denn Dullis? Hallo und herzlich Willkommen zurück zu den Minecraft Dullis. Wir spielen Minecraft. Ich werde es erkennen. Wie ist das? Dem ist es so, Tobi. Dem ist dies. Dem ist dies und das ist es dem. Das ist das Ding. Nicht so witzig, aber egal. Ja. He he, ich habe das Wasser in den Cave mit dem Skelett noch aufgelistet. Ich bin so cool. Ich bin so... Oh, da ist noch ein Kuli. Ja, die hab ich da reingetrieben. Klatsch, 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 klatsch. Klatsch, 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 klatsch. Und ich habe Eisen gefunden. Und ich habe nicht so wirklich sapperen können. Und das ist... Eiflein! Hier ist auch ansonsten nichts. Das ist wirklich was. Richtig viel... Leid, dann geht man aus einem Steak. Das finde ich so geil, wenn der Sand schwebt. Und dann... man grad durch so eine Hülle durchgeht und dann plötzlich fällt er runter. Weil man irgendwo eine Fackel umsetzt. Das ist so... Ach komm schon. Ach nö, das muss doch nicht sein. Aber diese Minecraft-Musik. Ich wette, die wird schon wieder viel lauter aufgenommen als unsere Stimme. Mach vielleicht noch mal ein bisschen leiser und wenn ich vielleicht immer... Irgendwie du kniest direkt auf dem Kabel von dem Scheißteil hier drauf. Perfekt, so muss es sein. Der rennt da mit seiner prachtvollen Holzspitzhacke durch die Gegend. Und hackt mit Holz. Der rennt da mit seiner prachtvollen Eisenspitzhacke durch die Gegend. Ja, und du hast immer noch keine Fuckeln. Doch. Aber ich guck sie nicht an. Weil ich sehe gerade, wie die Apfelbeutel aussehen. Ach so, mein Gott. ich weiß nicht, dass die leiser keine Gäste nicht hast. Das ist okay. Ja, das darf ich nämlich eigentlich gar nicht. Das ist okay. Ich bin ein großer Scenes. Ich bin ein großer Shelf. Ich bin ein kleinerer Scherz. Ich bin ein großer Scherzer. Das ist der zweite K bypass. Das mache ich immer noch keinen Kopf desrucks. Ich bin ein großer Scherzer. aber auch bei Koppel das ist einfach so zu Beginn zu 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 kommen die wirst du kommen nein geh nicht in einen cave also ich geh nicht in einen cave du cave man cave man ah du cave was machst du so cave ja ich bin direkt in den See unter meinem Haus gefallen ganz offensichtlich und gab ein See wer hat sowas? nicht ich kann die Kohle nicht rein fräse ich mich außerhalb über das Wasser hinweg sollte eh Co-Pubblestone haben na es ist ordentlich Kohle ey wenn du irgendwo Kohle findest und die immer mit auch nur schon Kohle haben die Kohle ist wichtiger als man denkt wenn man keine Kohle mehr hat genau wir können ja Kohle blocker craft aber mit Kohle kann man so schöne Sachen machen und selbst wenn man sich damit rühmt und selbst wenn man sich damit rühmt aber das wäre mal richtig geil so richtig schwarze Glöcke und selbst wenn dann können wir uns damit rühmen dass wir schon 64 Style Cola haben ja genau oder 100 Style Cola oder aber oder 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 Nicht die Lava-Frau, sonst kriege ich so einen Ausdruck. Wie trachtest du aus, wenn du mit deinen was weiß ich wie viel Eisen im Schirm hast verreckst? Ich hab halt auch noch ein Holzschwert dabei. Holzschwert sind sowieso das geilste auf der Erde, ey. Okay, wir kommen jetzt hier wieder hoch. So, was Dirt-Ähnliches dabei. Das scheint wohl so. Geil. Gut, dann wird mal Sand geblinkst. Und das Safe raus durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, bisschen übertrisch. Ja, ich sehe, dass da oben mal ein Dirt-Glock ist, aber er interessiert den Gang und wirkt, weil George Dirt ist. Wusstest du, dass ich ja da Eisen gefunden habe? Ja, komm doch mal wieder hoch und bring Car-Bubble-Storm am besten mit. Ja. Wobei, bis du wieder da bist, habe ich mein Haus schon komplett in Car-Bubble-Storm umgebaut. Ich sehe es schon kommen. Ja, ich mag hier ein paar Alte. Okay, das geht einfach weiter. Ja. Aber es ist tatsächlich auch nicht schade, wenn du wieder zurückkommst. Ja, okay. Wir wollen ja unseren neuen, neuen Zuschauer noch irgendwas bieten. Genau, wegen dem Zuschauer für das Video gearbeitet gerade, oder ich habe versucht daran zu arbeiten, ein Intro mit Blender zu erstellen. Aber Blender hat mich dann irgendwann so richtig aufgelegt, bis ich dann mir gedacht hatte, ja, dann haben sie halt jetzt erstmal kein Intro. Und ich sagte noch, komm mit zurück, mein Freund. Ja. Ein tapferer Recke. Nun, wo sind wir? Ja, im Safe-House ohne Items. Lass mal den nächstürzen der Recke dann ab. Du bist dann weg. Ich hasse dich. Warum? Da. Ich... Ja, Mann. Nein, der wird tot... Nein, ich komm nicht zurück. Das ist hier unten echt sicher und alles. Hab ich nicht gesagt. Ich hab gesagt, ich komme dann sofort irgendwann. Irgendwann. Bis ich tot bin. Ja. Ich geh nochmal zurück in meine Items. Schlag ich dir auch vor, sonst renne ich hier den Schädel ein. Ja, ich... Drei Viertel der Items sind in der Kiste unten, also... Okay, aber gut. Ich hätte dich so gefeiert, wenn sie nicht mehr da sind. Ich hätte dich so gefeiert, wenn sie nicht mehr da sind. Nicht gefeiert, aber ich hätte dich gehasst. Ja. 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 Das glaub ich will, ich hab gleich zu bruk Töten, aber das hätte aber in jedem Fall Knopf, weil es k堆nt! Für kei Ein Essen! Nein! Es ist verloren. Mein Essen ist vergangen. Sonst nichts. Haben wir noch Essen? Hast du noch Essen? Ich könnte dir 5 Rotten Fleisch anbieten. Das wäre glatt ein Missklick für alle dieses Ding. Ey, vieles verdient. Er baut doch einen Block mit Facken und dann baut er den Block ab. Trag mal, was ich gerade für dich gefunden habe. Redstone. Redstone. Weiß schon, dass wir uns am Ende von Redstone nicht mehr retten können. Weil das wieder zu viel wird. Ja, ja. 45 Decks. Man kann nie genug Alten von jedem Ding. Doch. Irgendwann, wenn man nicht mehr groß genug Kisten hat. Dann macht man neue Kisten. Ja. Wenn man kein Holz mehr hat. Weil man die ganze Minecraft vielleicht abgefarmt hat. Gold, 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 gold. Minecraft hat eigentlich kein Ende, oder? Doch. Also das hat man niemals so wirklich erforscht, gell? Doch, doch. Es gibt doch dieses Ende. Ich meinte im Sinne von irgendwann am Ende ist ein Wasserfall, denn nach Sovengarde ist... Es heißt, dass man... Also es wird doch immer wieder neu ge... Eine Zeit lang geradeaus geht. Also eine richtig lange Zeit lang geradeaus geht, dass man dann irgendwann... Nach Sovengarde kommt? Nein, dass der Computer immer ein Abschluss... Ah, nice. Du hast eher der Cape entdeckt. Was? Nachdem ich alle Items aus der Cape habe, komme ich auf. Fass. Hallo, das sind das, der wir müssen labern. Hallo.